Willkommen zurück zu Pokemon Diamant Redlock Challenge Gerandomized Im letzten Part Haben wir ein paar Trainer gemacht hier auf der netten Route Und nun geht es weiter für uns Der will kloppen, okay, der will sich kloppen Denn ich bin stolz auf meinem Pokemon Und ich werde dir zeigen, warum das so ist Dann zeig mir, warum das so ist Ja, wir haben mittlerweile mit Selfie eigentlich ganz gut was gerissen So Meinen wir ja klar, dass jetzt hier noch ein Klar, warum nicht Wieder ein Lebelle drauf Diese Route hasst Selfie Diese Route hasst Selfie Ey Das kommt entweder Flug-Pokémon oder Pokemon-Schweber Wunderbar Wie geht da, los geht Und Finte Wenigstens spielt uns der Regen mit Vegeta in die Karten Nicht in die Arme Auf jeden Fall sind wir uns auf unserem Weg nach Herzhofen Um uns dort den nächsten Orden zu holen Und müssen natürlich trotzdem auf unser Level ablassen Und bei der letzten Arena war es doch ein bisschen Ja, gefährlich geworden Da wir es Maximum Level erreicht hatten Was kommt jetzt Boden oder Drache Drache, okay Dratini Och, was hätte ich auch gerne So ein Dratini fangen Klasse Na, vielleicht können wir es ja austricksen Und das macht jetzt erst mal Donnerell Dratini kann die Attacke ja von Beginn an Genatzt So Vielleicht denke ich, mit der Intensität können wir Dratini Wegboxen Besonders mit der Intensität 8 Das Vielleicht haben wir in der nächsten Arena Glück Und es ist irgendwas, was gegen Brunenschwach ist Wochen wir mit Selfie durch Oh Lake 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 Blubstahl 65 Lake Hat auch 65 Hälfte Seine Wachst Dr. Kraft Ja, komm Machen Wir Blubstahl Weg Lake Verstärkt Sicher Wenigstens, wenn der Gegner in der Hälfte Dekapiert Und der Blubstahl Vielleicht In einem ganz, ganz seltenen Fall Die Initiative sinkt Haha Haha Hallo Geratina Haha Joa, warum nicht, ne? Eigentlich bist du gar nicht in diesem Spiel In diesem Spiel gibt es dich eigentlich noch gar nicht Oder? Nee Ein Diamant Und Per Gips Giratina noch nicht Wäre mir zumindest neu Ich Kann sagen Jetzt boxt das doch mal hier weg, ey Weg damit Wo kommt denn hier das Feuer oben denn her? Ich will gar nicht wissen, wie es gerade herkommt das Feuer holen Das sieht seltsam aus Das sieht seltsam aus Und natürlich die Paralyse Das riecht nicht weiter Nein, nein, ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie das aussieht, woher das Feuer oben kommt Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Joghurt mit Obst, oh Gott, der war ja zu schlecht, ich sag nie wieder was, okay, ja, jetzt rächt sich, dass ich keine, warte mal, gut, Gott, hab ich, gerade sagen, jetzt rächt sich nämlich gerade das, dass ich ein Heiler-Items komme, also keine Status heilt, so, wir brauchen das Fahrrad nochmal, weil natürlich mein Item ist, das wir haben, ich bin schon auch hier eine nutzlose Beere, nein, oh, losstark, nice, aua, da, 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 so. so er wechseln die knöpfe einmal zerschneiden bitte da oben können wir nicht ist doch bestimmt was versteckt also so eine abkürzung dass man nicht hier tausendmal durch das gras fahren mag nein gab es ja auch okay ja wir durften ja hier schon ein legendäres pokémon aber wir sind die beschwerende wenigstens man hat was zum surfen ich habe auch jetzt was im schutz ich muss schutz benutzen da ist wieder eins männliche goldinis ich meine bei gold king ja aber ich weiß nicht ich meine die ändern ja so gesehen muss man sagen die erinnern irgendwie ihre art so um weißt du hast ein weibliches pokémon das auch als mann auftaucht das heißt vielleicht ein mann der sich jetzt vor verkleidet und auf der anderen seite hast du dann ein pokémon das als erst als frau unterwegs ist und sich dann als mann verkleidet strange ich finde es beruhigend auf diesem feuchten boden zu stehen naja jetzt irgendwann auf dem geist gegen die ganze folge regnet zu werden obwohl fast geht hat kein schwebe ist aber natürlich effektiv ich könnte es trotzdem riskieren mit was trotzdem ich bin jetzt mal bescheuert ich es trotzdem intensität und werde enttäuscht weil es mit intensität 6 ist warum ja meine nase läuft die laufen warum musst du jetzt für wirken warum sagt mir das mal warum das wäre eben mal eben toll gewesen ja ich konnte hier mit der intensität 10 ist stärker als erdbeben aber das absolut selten ist benutzt man natürlich vorwinkt erdbeben so auch wenn sie auch für eine nutzvolle wäre ich liebe diese vollkommen nutzvollen items die man hier so hallo ich will das fahrrad sich nicht absteigen wie gesagt ich mag die musik nicht ein doppelkampf dann mal los die 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 so jetzt nur die nase werden das hier anläuft das hat sie nicht gehört noch nicht das ist da das gamepad hingelegt Gastrodom und Tanzer. Oh, ich muss Gastrodom weghauen. Das ist das gefährlichste für Selfie. Es hat Sturmsug, ja. Aber jetzt ist es zum Glück noch nicht die Fähigkeit, wie es sonst so ist. Ich weiß, dass ich mich erst mal in Sicherheit mit. Mit dem guten, mit der guten Selfie bringe ich mich erst mal in Sicherheit. So, Lark! The Lake, ob wir alle das nehmen wollen. Ich nenne es mal Lake, so. Bleib jetzt auf der Lake. Ach so, okay. Habe ich mir vielleicht umsonst Sorgen gemacht. Naja, aber das Selfie kann ja trotzdem mal runtergehen ins Erdenreich. Was? Back mit dir. Ist ja schön. Ja, war mir klar. Wollte natürlich auch Selfie mit seinem Bodycheck machen. Was kommt denn jetzt als nächstes? Hallo, Knackhack. Warum nicht? Okay, Tanzler entscheidet sich erst mal in Runde Geduld zu machen, während Selfie und Vegeta jetzt erst mal Knackhack aus dem Spiel nehmen. So, tschüss, Knackhack. Tschüss, Knackhack. Und zwar ist das, ähm, ich mag es zum Beispiel nicht so Pokémon zu haben, die auch ein NPC hat. Also sprich zum Beispiel, Knackhack, wir nehmen jetzt mal Knackhack hier. Ich hoffe, ihr seid nicht alle taub geworden. Da ist jetzt gerade mein Mikrofon umgekehrt. Ich wollte mich nur anders hinsetzen. Entschuldigung. Na ja, vielleicht seid ihr jetzt wenigstens etwas wach. Oh Gott. Kann ich das die Fail-Folge nennen? Weil, erstmal Nase putzen, laufe Nase, jetzt das ungekippte Mikro? Kann ich das nennen? Ja, ich nenne es die Fail-Folge. Uuuh. Ihr habt nichts gehört, nein, hier ist nichts passiert. Also, ganz, ganz cool, hier ist gar nichts passiert. Ja, niemand hat sich die Nase geputzt und nein. Hier ist auch nicht das Mikrofon umgekehrt. wenden wir uns mal wieder der professionalität zu ich weiß dich schon längst aus dem fenster geflogen so weiter geht's das ist aber noch die gleiche route ein funkelstein noch dass das ist wie es man was nützvolleres als eine beere so wie bereits gesagt ich glaube dass ich verraten irritiert wie ein typ der land ist hallo ich glaube dass er trofäengarten ein 1 ein eigenes gebiet ist und zumindest glaube ich dass also du bist muss der oben steht ruf gegen garten da können wir uns dann ein neues pokémon frei und soweit ich weiß ist das jetzt egal was es ist weil wir mussten letztes mal ein weibliches fangen das haben wir gemacht mit goldini also schick ein schickes dragoneon ich finde du machst du erdkräfte skunkabu und du machst den karate schlag auf der armonie das war es mit skunkabu bing 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 b Bamm, Bamm. Halleluja. Das ist der Schreckmoment hier. Das hätte die Fail-Folge aber komplett gemacht, wenn jetzt noch ein Pokémon gestorben wäre. So. Weinschnösel besiegt hier. Weg. So. Ich denke mal, wir werden jetzt auch mal die Pokémon hier tauschen. Ich finde den richtig, wenn die Pokémon tauschen. So. Wir werden jetzt mal mit Mirage... Mann! Hier runter, so. Wir werden jetzt mal Mirage und Megaman auch mal ein bisschen nachziehen. So, Günter. Ihr interessiert mich alle nicht. Mir interessiert mich nicht, wer hier wohnt. Ich will den Trophäengarten. Ja. Gibt es da noch ein Item? Nö, ne? So, unser Pokémon von dem Trophäengarten ist... Dupes, haben wir schon. Hallo Schildruss. Haben so gut so schon doppelt. Doppelt kann man sich sagen. Wenn wir jetzt einmal... Schildruss gehabt. Also wir haben Schildruss auf der Bank und... Einfach in der Box. Und haben... Schon... Dings gehabt. Volthorus. Jetzt sag mir bitte nicht, dass es hier nur ein Pokémon geht. Oh, 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 nice. Ich liebe Ohmweisel. So, jetzt müssen wir das nur noch fangen. Ohmweisel dürfte eine Ampelleuchter aushalten. Ja. Müsste so sein. Okay. Super. Zack. Zornklicker. So. Und ich benutze für dich mal den Esspal. Mal ein bisschen Varietät hier in die Bälle bringen. Dumm, dumm. Zack. Klasse, Mann. Oh, weiter, ruck. Dumm, 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 dumm. Naja, wir brauchen eine Prinzessin. Ich möchte aber nichts eine Prinzessin nicht nennen. Ich nenne Hohenweisel jetzt Yuna. Yuna, Final Fantasy X. So. So, das war unser Pokémon für den Trophäenjag. Dumm, 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 dumm. So, ich tausche das Pokémon denn nochmal aus, weil Megaman ist ja schon ein Level höher als Mirage. Bam, 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 bam. Läuft gegen mich. Oh, stopp, stopp. Also wenn wir schon mal eine ganze Zeit ein Pokémon-Zerschneider dabei haben, nutzen wir das natürlich auch. So. Oh Gott. Hatten wir die nicht schon gehabt? Oder verwechsel ich das mit einem falschen Spiel jetzt gerade? So war das ein Pummel-Schwarz. Warum? Was soll ich mit Erdner? Nein! Ah, Mist, ich wollte die Doppelkampf haben. Mit einem so jungen Trainer hatte ich noch keinen Kampf. Was? Ich bin nervös. Oder ich bin ganz nervös. Oder was weiß ich. Skuggler. Dame Senior. Nee. Mirage. Also los geht's. So. Ähm. Ich denke mal ein Steinwurf ist nicht okay. Weil es ist ja ein Bohnenflug. So. Los geht's. Steinwurf. Bam. Erstmal von dem Stein auf den Kopf fallen lassen. Guck mal, was Stärke abzieht. Ach ja, stimmt ja. Mirage war ja unser megamächtiges Stahlos, was er ruckzuckchen konnte. Dreh erstmal nach unten. Wie, 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 wie. Ah, okay. Ein Critical Head. Aber was ist denn wirklich stärker? Nee. Nur ein freundlicher Critical Head. Du, meine Güte. Das war ganz und gar nicht wie die Kämpfe mit Freunden. Wie? Sind wir keine Freunde? Das ist aber echt gemein. Würdest du Freude bereiten, dich mit mir zu messen? Nee, ist das aber nutzvoll. Alter Mann. So. Habit. Habit. Ich glaube, der hat dann normalerweise auch Clowdagei. Das wäre also gar nicht mal so verkehrt. Hat ein Flugnormal-Pokémon gegen ein Flugnormal-Pokémon getäuscht. Verfolgung. Ach, diese Attacke. Pokémon-Sonne. Bam. Um die Gedanken aufzugreifen, was ich mit Pokémon-Sonne meinen, ist... Ja. Pokémon-Sonne sieht Verfolgung sehr, sehr genial aus. Pokémon-Sonne und Mond. So. Jetzt ist Walitoin los, wie du dein Pokémon einsetzt. Dankeschön für das Kompliment. Pokémon-Sonne. So, hier sind noch zwei rumlaufende Heinis. Einer, der lässt mir nicht vorbei. Aber hier müsste es noch einen Trainer geben, oder? Nee, hier gibt es noch einen Typ, der rumläuft. Wunderbärchen. Wunderbar. So, damit haben wir unser Reiseziel auch erreicht. Herzhofen. Und wir sind sogar fernab vom... Das ist eigentlich so ein Quatsch, weißt du. Du kommst gar nicht dazu, das Level-Cap zu erreichen von Herzhofen. Also von der Arena. Aber hast dann zwei Arenen miteinander, die das gleiche Level-Cap haben. Nee. So. Dum, dum, dum. Dankeschön. So. Was geht's? Dum, 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 dum. Stopp. Bevor ich jetzt in irgendeine Arena reingehe, gibt es erstmal Status Heil-Alterns. Nee. Gut, du bist mir egal. Gegengift. Zehn. Para-Heiler. Zehn. Zehn. Und... Auf-Wecker. Auch zehn. So. Kein Bock mehr drauf. Was hast du hier? Heilball, Netzball, Netzball. Nee, Netzball haben wir noch. Weil ich kaufe nochmal zehn. Netzbälle. So. Wunderbärchen. Und nochmal zehn, Heil-Bälle. Haben wir eine Variation an Bällen? Mag ich sehr gerne. Ich mag auch gerne die Pokémon in einem Team, um mit verschiedenen Bällen zu fangen. Das verleiht dem irgendwie so Individualität. Und da. Hallo. Du bist auch sicher. Du bist auch sicher. Du hast mich recht. Tja, so leise. Du bist nur in der Fall. Wir haben wir jetzt nicht hier. Ach, ob die schon wieder in der Dingshalle da? Ey, Alte. Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Gemeinsch. Kommt dich gleich an. So. Halt, Stopp. Ein Armlänge, Abstand. Wo ist die Alte? Die sind hier. Hallo. Oder muss ich erst mal dem Hans hier? Bitte, 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 bitte. Liebe, bitte. Dich. Einen lieblichen Knust. Den kannst du dir sonst vorhin stecken. Gib dir ein Pokémon mit Teile. Ah, es war noch. Geh diese Wettbewerbe. Wettbewerbe. Ja, ja. Geh weg. Habe ich was vergessen? Ist mir irgendwas entgangen, warum wir jetzt nicht gegen Lamina kämpfen können? So. Darf ich jetzt rein? Nein, ich darf immer noch nicht rein. Nein, Leute, ich bin immer dem Part hier und gucke mich mal ein bisschen um, warum wir hier nicht weiterkommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Diamant. Ciao. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe noch etwas Verfahren. Vielen Dank.